Die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Der Stadtteil Westerbro hat sich vom Rotlicht zum Szenebezirk entwickelt. Viele junge Leute leben hier, die Auswahl an Cafés ist groß. Über dem Café Zentral befindet sich das vermutlich kleinste Hotel der Welt auf nur zwölf Quadratmetern. Das Zimmer. Leif Tingved hatte die Idee, den leerstehenden Raum im ersten Stock umzugestalten. In dem Haus aus dem Jahr 1905 lebte früher ein Schuhmacher. Jetzt ist hier ein komplettes Hotelzimmer entstanden. Es gibt natürlich viele Hotels, auch teure Hotels. Aber da will doch niemand wirklich drin wohnen. Aber dieses hier ist Hüge, wie wir in Dänemark sagen. Es ist gemütlich, es ist warm und es ist einfach schön, hier zu sein. Wir wollten einen Raum schaffen, den man nicht wieder verlassen will. Der Plan geht auf. Seit Juni ist das Hotel geöffnet. Inzwischen ist es fast immer ausgebucht. Trotz eines Preises von 200 Euro pro Nacht. Der kleine Raum, liebevoll gestaltet, jeder Quadratmeter optimal genutzt. Auf dem Zimmer gibt es ein iPhone, das die Gäste benutzen können. Der Fernseher ist hier drin versteckt. Das kleine Telefon hier ist für unten fürs Café. Und wenn Gäste kommen, kann man den Tisch ausziehen. Einer kann hier sitzen und da zwei. Und kurz, ganz wichtig, die Minibar. Die Gäste sollen sich wie zu Hause fühlen. Und trotz der Enge muss auch auf ein vollständiges Badezimmer niemand verzichten. Abends, wenn das Café geschlossen ist, haben sie das ganze Haus für sich allein. Es ist wirklich ein wunderbares Hotel. Ein bisschen eigenwillig und sehr individuell. Man kann den Geist des Eigentümers spüren. Und wie er auf jedes Detail achtet. Fast wie in einer Schiffskabine. Gerade nachts ist es sehr gemütlich. Wir hatten eine fantastische Zeit. Ursprünglich wollte Leifting weht in dem Haus nur ein Café eröffnen. Damit kennt er sich gut aus. Gleich um die Ecke hat er bereits ein weiteres. Ein größeres. In dem kleinen Ableger treffen sich Nachbarn und die Gäste aus dem Hotel. Eine internationale Mischung. In der vergangenen Woche hatten wir Gäste aus Kanada, aus Japan und Kasachstan. Ganz lustig. Richtig international. Das vermutlich kleinste Hotel der Welt. Eine zentral gelegene Oase mitten in Kopenhagen. Die Gäste aus Kanada, aus Japan und die Gäste aus poderfliehen.